Hier ist immer noch das offene Mikrofon. Jeder spricht hier für sich in seinem eigenen Namen. Ich wollte noch mal was ergänzen in meinem eigenen Namen hier. Wir haben natürlich nicht nur mit Geburt und mit Tod zu tun, sondern wir haben es sogar heute mit der Auferstehung zu tun. Zumindest wenn man dran glaubt, nämlich mit der Auferstehung von Jesus Christus. Der ist nämlich heute, darum haben wir nämlich heute frei, falls sich das jemand fragen sollte, warum die Geschäfte heute zu haben. Genau, das feiern und bedenken wir nämlich heute. Das wollte ich noch mal erwähnen. Ansonsten, das Mikrofon ist offen, jeder widersprechende, jugendfreundlich und gewaltfrei ist und sich an den Rederahmen hält von sechs Minuten und natürlich an den guten Ton. Dankeschön. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.